ja hallo und herzlich willkommen zurück auf surface zu einem neuen video heute spielen wir mal jump world jetzt schon ganz gewohnt hier bei jump jump league zu sagen aber ne heute jump world optimal ja aber nur 1 gegen 1 und gucken wer schneller ist und ready set go ist ja natürlich schon lustig hier nebeneinander gibt natürlich auch falls in die kommentare schreibt es gibt doch extra maps dafür aber aber das ist keine klassische duell map nein überholt easy going hier 8 9 so was hat sich ok so was geht ja jetzt von geblickt und ich drücke auch noch dinge ich drücke auch noch nein du musst doch noch hüpfen scheiße hä aber da hat eine enderpeile kann man die auch benutzen oder hast du nicht getroffen ich versuch's lieber auf die nein was muss man da machen ich glaube die enderpeilen sind komplett nichts los auch nur der sprung ist war mies naja mal hab ihn was ruckelt bei mir hä warum werde ich immer zurückgesetzt grad was ist denn scheiß alter bei mir ruckelt es aber auch gerade so ein bisschen das waren der ganze enderpearls alter oh fuck nein hat ja wie lange man da runterfällt ist nerfsfreude kannst du ja auch zurück zum checkpoint beam ne ja 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 wurde ja moment mal jetzt kommt die zeit an ja ich verstand wieso was hast du für eine zeit 7 3 2 23 Ich hab 2,21 Ja gut, die zweite kommt mal Aber ich hab mehr Fades als du tatsächlich Ja Also ich würd mal sagen, aber ich war trotzdem mehr Fades eigentlich schneller, warum auch immer Ja ich hab irgendein Scheißerbung gemacht, lass mal noch ein anderes Spiel würd ich sagen Nein Also Runde 2, es sieht aus wie ein Labyrinth Ach du Scheiße Easy, Alter, easy Zwei Mixer Easy going Ich hab gewonnen Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Tja, das hol ich mir easy, sag ich dir Ich raf's nicht Wie oft wurde, nein, das ist ein Quiz jetzt noch dabei Ich raf's echt nicht Ach da Oh lol Oh lol, ja, ähm Äh, ich bin bei irgendeiner Speedstrecke Okay Also, ähm Wie oft wurde deutscher Fußballwesmeister, äh Äh, da Ich bin bei irgendeiner Speedstrecke Das weiß ich Ähm Gott Was macht jetzt das Minecraft? 2009, oder? Ja Ja Äh, wann, 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 wann Oh du Scheiße, ich hab keine Ahnung Zwei Fragen, Alter Was ist das, Alter? Jaa Oh mein Gott Ja, komm, ich lauf einfach nah Hahaha Komm, los Geh rein Jaaaa Ich bin vor dir Hahaha Du Nuv Hahaha Danke für die Antwort Hahaha Ich möchte nur anmerken, ich hatte eigentlich keine Ahnung Lol Ich hab geraten WTF, Alter Hahaha Okay Das war die Fun-Runde zwischendurch Jetzt wo man so ein richtiges Jump'n'Run Würde ich auch was sagen Haha So Runde 3 Mal schauen, was uns diesmal erwartet Ach du Scheiße Oh, Slime-Blöcke Easy, geh mal hier aus dem Weg, du, ich seh gar nichts Pfff, bist auf dem Dach In Ernst? Ich glaub, da sollte ich nicht hin, ist mir egal Mann, dann zähl ich mir auch was da Ähm, ich glaub, ich müsste so gut Finde ich ganz interessant, dass ich da nicht zurückgepackt werde, wenn ich auf dem Dach bin Hey, ich pack den Sprung nicht, ne? Hahaha Auf dem Dach ist eine super Ah, doch jetzt, runter Äh, jetzt, kleines Labyrinth Ja, komm, wäre lächerlich, wenn du jetzt nur wegen dieser Ender-Perle gewinnst Labyrinth ist ich, ey, das ist Labyrinth, Mann, Labyrinth ist du besser als ich Was? Jaaa Scheiße, ich laufe da einfach wieder nach, kann ich schon mal nicht verlieren Haha, super, ich hab das keine Ahnung Ich laufe da einfach immer nach, komm, Sisi Ja, moin Ähm Boah Weiß ich doch nicht, Alter Wer hat das, den hat Fibia benennt Na, genau, Mann Haha, hallo Na, jetzt halt immer so machen, beste Taktik Ich hab keine Ahnung Äh, keine Ahnung Ich hab vorhin noch ein Video schon hingeschaut Keine Ahnung, Alter Jetzt kommt 2, 3 oder 2, 5 Ja, komm, mach, los, geh rein Nice Hä? Ey, hast du mich jetzt grad geschaut, oder was? Ja Dein Ernst? Ähm, warte Ich bin schlecht, Alter, wie viel Nur so ein scheiß Abonnenten? Ah, jawoll, easy Ähm, warum ist da mit dein Quiz, Mann? So, so esslich mit Quiz? Ja, let's go Ja, let's go Krass Nachschirm Schampf Entwann raus Und erstmal gefällt So muss das sein Fress meinen Scheiß, du Wichser Runter oder weiter? Weiter Runter Runter Okay Hä? Fick dich Ja, das war nix Äh Pfff Hä? Aber ich bin doch an die andere Seite War ja auch nix Muss man da hochjumpen, oder was? Wo wirst du hin? Magic Alles klar Easy Aber wie bist du das scheiß Ambus hier da, Alter? Komm ich nie durch Deswegen hieß man die Schilder wie ein Jum Junge Was muss ich treffen? Was muss ich treffen? Och lol, Slime Ops Ah, lächer Ja Ah, lächerlich Ja, wo bist du denn? Keine Ahnung, Alter Du musst es treffen Was muss ich denn treffen? Äh, den Slime Block Was ist da? Alter Easy Nee, nee, nee Ich will nochmal eins Das geht nicht Das ist lächerlich gewesen gerade Keine Ahnung Alter, ich seh dich immer so Hesby das nervt Haha, fuck ist das scheiße Och nee, nicht Eis, ne? Fuck off, Mann, ich seh nichts Hä, was ist denn dieser Tag? Wurdest du getroffen? Nö Doch, jetzt Äh Kleines Getdown Okay Ey, was? Ich werd doch nicht mal getroffen Was für eine Scheiße Du hast dich gerade eben noch drüber beschweren, ne? Ah, ich hab aus irgendwelchen Gründen eine Ruckwitz bei mir gerade so ein bisschen Das ist echt witzend Wurdest du? So Ahaha hoo Um Wow. Das war eine Runde Jump League Wer schneller Jumperruns beendet oder Quizze löst oder haben seinen Kopf anstrengt Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo Was? Was ich da? Keine Ahnung Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Video Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal